Was geht das denn? Oh mei, oh mei Oh brenn, muss man Fußgänger fahren Achso Jawoll Ey, sag mal, ihr braucht ja den einen Erbe braucht ihr gerade nicht, oder? Welten Ja, den einen, der in der Basel Nee, der in der Basel Dann kann ich ihn ja haben, oder? Nein Nein Ja Nein Nein Das war Fußgängerfeuer, wenn man Aussteigen Warte, welcher ist das jetzt? Da ist er Einstecken Fahrzeugbrand, ausgelöst durch einen technischen Defekt Löschen Sie den Brand, transportieren Sie das Fahrzeugwerk ab Und wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer Und transportieren Sie sie ab Nein, leider nicht Bei Technik Fragen Auf dem Weg Ja, darf ich nicht sein Bei Technik Fragen, Technispruch Fragen Fahrzeugfragen Technispruch Fahrzeugfragen Dein schöner RTW und Erweda, da versperren wir den ganzen Weg Fahrzeugfragen Ich kann mal der Erweda umfragen Nein, ich muss nach hier fahren mit dem Erweda Ich hab einen anderen Einsatz Das ist mein Einsatz Techniker beim Fahrzeugbrand Ja, ja Abschlepper ist auch schon Du musst erstmal nichts machen Ja, ja Das ist ja Wo war jetzt der Feuerlöschner auf dem Auto? Oh, Leute Ja, ne, wir haben die Bekonlage gut gewonnen Komm Ja, also weg Aber achte erstmal Weil die Karte Ja, und die Karte ist auch schon gar nicht mehr gelb Wir haben wieder gelb Und wir haben Punkte Wir sind gut Wir sind gut Fahrzeugfragen 40 Wir sind unser nächstes Fahrzeug 48 Auf den Weg So Ach nein, ich wollte keine Straßenkarte rausnehmen Fahrzeugfragen Ja, zeichn die Verklärung So, oder nicht Ich wollte ne Blackgranate haben Ich wollte einfach mal so ne Blackgranate jetzt in die Luft schmeißen So, Freude Du, mir fahre ich glasig richtig Latte-Lick, Alter. Ich hab keine... Okay. Habt ihr Bock auf nen Einsatz? Nein. Weil das ist jetzt der letzte Einsatz, der offen ist erstmal. Habt ihr alle Fahrzeuge geheilt? Alle Einsatzkräfte geheilt? Sieht halt und doof. Sieht gut aus, ja. Naja, das ist nicht gut. Was denn? Ja, eben. Also jetzt ist die Aufnahme im Eimer. Warum? Müssen wir gucken, ob man das nachher rausschneiden kann. Kann ich nicht. Oder? Weiß ich nicht, muss ich gucken. Piepton drüberlegen. Die geht sofort online, wenn ich jetzt die Aufnahme beende. Ja, Junge, stell die nicht so an. Das ist scheiße. Nee, das ist scheiße. Das ist nicht mehr geschichtlich. Ja, aber... Ich kann ja sogar sagen, von was Hitler das abgeleicht hat, Alter. Ja, aber... Ich bin trotzdem nicht gerne gehört. Die Leute hören das und sagen... Boah, was ist das denn? Ja, die Leute sind verdumm auch immer mehr. Ja, das ist... Ja, kein Problem, aber... Boah, die Menschheit... Äh, eben da auch verdummt wie sonst was. Also, ne? Bei dir fängt's an. Nee, alle fangen mal hier an. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. So, cool bleiben wir jetzt. Nö, aber... Ist es. Einsatz verändert. Wieso liegt denn da ein Verletzter auf dem Fußboden? Macht so einen Scheiß hier. Auf dem Fußboden. Pff... Warum hat er sich denn da auf die Straße gelegt? Was war das denn? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Aber... Die... Ist das schon mal aufgefallen? Ach, mir ist das schon ein Unfall. Herzentfall. Die fallen um und fallen direkt in die stabile Seitenlage. Ja. Das ist ja ein Abwasch. Haben sie gut gelernt, ne? Mach ich auch immer. Wer das heute alle so machen würde. Also, wirklich. Dann bräuchten wir keine ersten... Leute, die ersthilfen. Echt? Wirklich, ey. Das ist echt gut. Doch, vielleicht noch ein bisschen aufs Herz zu klopfen. Aber ganz gut. Der Staat. Fahrzeug 33. Von solchen Leuten spart der Staat. Na? Fahrzeug steht zur Verfügung. Oh! Wie sieht das hier aus? Wo bleibt denn jetzt das, äh... Ingenieursauto? Das ist schon da. Ich muss mal aussteigen. Ja, dann gibt's mal Gas hier. Boah, das ist ja wirklich. Boah, krass. Ja, deswegen. Ich dränge dich aber. Oh krass, Alter ey. Tritt der Schaden. Hä? Ich hab den Führerschein wieder ab. Überhaupt, wenn das Auto so hinter ist. Hey, ich hab in Saarland meinen Führerschein gemacht. Alter, das ist echt armselig. Fahrzeug 3. War das jetzt gut oder war das jetzt schlecht? Ne, Saarländer Modifikation. Hast du gezockt? Ja, nur denke mir. Ach so, ich find die nicht so gut. Hast du mal gesehen, wie das war? Zusammenrottung gewalttätiger Randalierer. Festnehmen und antranspartieren. Fahrzeug ist ein bisschen geändert. Äh, komm schon mal, gib Gas. Anschluss Blaulicht einschalten. So. Knüppel, Crew, Einsatz. So, Leute, kommt mal mit hier. Kommt mal mit hier. Hallo, hier bin ich. Hier. Hier bin ich. Kommt mal mit mir hier. Ich schwör schon mal was zeigen. Willst du wieder fangen mit Willi? Willst du wieder fangen mit Willi? Nee, ich gebe dir erst mal den Hof. Das ist viel gegen Willi. Damit ich hier keine Leute kann. Oh! Ah, wie gut hast ich da weggegangen. Ja, mein Boot macht dann noch was. Äh, Telefrauen, ne? Naja, mein Boot auch. Also es schwimmt mehr, aber... Kann durch diesen Funkenflug wirklich was passieren? Ja. Äh, theoretisch schon, aber nicht in der Möglichkeit. Ja, das ist mir bewusst, dass es in der Echtfrau passieren kann, aber... geht jetzt auf jeden Fall. So, ich hab's hier eingekettelt. Jetzt geht's auf die... Oh, was war das denn? Waldbrand ausgebrochen. Da hat noch jemand eine Brutel hingeschmissen. Alle Brände löschen. Alles klar. So, kommt noch mal her. Hier, hallo. Hier bin ich. Dennis aus dem Waldbrand. Äh, jo. So. Wald auch schon. Alter, die sperren mich hier nicht. So. Und zurück gehen bitte. Wieder da rein. Los. Ab, ihr Schafe. So. Ja. Okay, das wär aber leck. Kein wenig. Und wieder einen Monotop kauft ihr. Wie kommt denn denn die ganzen Monotop kauft? Weil da unten noch einer am Zifferstreifen steht. Wasser. Na, komm schon her, ihr Kleines. Alter, eigentlich müsste das Haus voll mit Wasser gelaufen sein. Ja, ist so. Bei so viel TL bleibt das, ne? Am Zifferstreifen unten steht einer. Ja. Halt noch mal. Welches? Dass das bei einem Waldbrandstands stattfindet. Boah, das sind zwei. Hörer? 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 Hörer, 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 Hörer. Hörer, Hörer, Hörer. Hörer, Hörer. Hörer, Hörer. Hörer, Hörer, Hörer. Wohin. Geht nicht der Ingenieur hier. Wir können immer noch auf das Fahrzeugen, dann weiß man die Wäsche gehen. Löschen Sie alle Brände. Versorgen Sie wenn nötig alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Ich wollte da so eine Infusion. Ja, Dennis, jetzt weißt du ja auch, was du falsch gemacht hast. Ja, ich denke nämlich auch. Aber Roll. Ja, komm auch mal mit. Wald holt dich nochmal ab, dass wir ne Schneise haben. Du brauchst beim Wald nur einen Baum krühen und dann die Häuser. Wieder ein Randallierer mehr. Ja, ist aber nicht das andere Szenario Waldbrand. Gasexplosion. Hab ich mit. Das ist aber der letzte. Das waren ja jetzt ein paar viele so, Junge, Junge. Komm schon, komm schon, komm schon. Waldbrand ausgebrochen. Brandausbreitung eindämmen. Alle Brände löschen. Jo. So, Randallierer. Oder mach du, du bist präziser dabei. Ja, ja, genau. Randallierer ist abgeschlossen. Zu seinen Treffen gewaltbereiter Hooligans. Und der nächste. Festnehmen und abtransportieren. Lass die Hooligans nicht kloppen, die fahr ich gleich weg. Ja, verhasch mich jetzt nicht. Toll. Ne, jetzt hab ich da hinfahren, weil der Scheiß kommt. Ich, keine Ahnung. Nein, Gott, jetzt hast du daneben geklickt. Treffen muss die Hooligans sein. Ja, wie sieht das denn hier aus? Dennis, wir haben ein Problem. Das tut ja auch noch 50 Sekunden. Egal, da war es. Nein, nein. Ja, ne, davon rede ich nicht. Ich rede von dem. Ich bin da noch gar nicht, Junge. Ich bin da noch gar nicht, Junge. Okay, dann, Olli. Ich komm da auch erstmal nicht in. Ja, ich war ein, Junge. Du brauchst noch länger. Ich bin jetzt hier. Mitgemacht. Einmal weiter, Junge. Ja. Warte, warte. Ja. Auf dem Weg. Du brauchst direkt wieder weiter. Ich kann das Flugzeug benutzen. Das ist super. Wird umgehen. Weil der Flugzeug alle zwei Minuten. Dank für die Reparation. Das kann ich jetzt aber benutzen. Das kann ich jetzt aber benutzen. Ich hab nur wegen dir weitergegeben jetzt. Ja, hin, 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 hin. Ja, ich schaff's noch nicht. Dennis. Ja, Dennis. Ich kümmere mich gerade darum, dass der Weitere ist. Ich warte keine Vorwürfe. Alles ist gut. Der Gast war so in der Fernsehserie, die hieß Dennis. Der Gast war so in der Fernsehserie, die hieß Dennis. Achtung! Zusammenhörter und Gewalttätiger rammulieren. Festnehmen und abtransportieren. Ich hab gleich keine Einsatzkräfte mehr. Weil alle Einsatzkräfte da involviert sind. Das ist so krank. Ich hab schon Schlimmeres gesehen vom Trefferquoten-Kack her. Nein, ich hab mich falsch rumgedreht. Explosion in der Kanalisation. Lösch also die Brände. Ja, ich hab keine Fahrzeuge mehr. Vielen Dank, Eric. Roll. Hey, dann bleib du bei deinem oben. Ich bin doch eh auf dem Weg, Julian. Fahrzeug steht zur Verfügung. Weintest du mit dem Waldbrand? Da bin ich dabei. Da ist Brie. Sind die Hallen hier dekont? Gebäude brannt durch einen Kurzschluss an elektrischem Gerät. Löschen Sie alle Brände und versorgen Sie, wenn nötig, alle Opfer und transportieren Sie sie. Ja, gerade ist wirklich mal so eine Phase, wo es richtig kommen geht. Das ist hier einer GTLF kaufen oder irgendwas? Ja, ich hier. So. Ist in Arbeit. Fang mal an zu flicken, ne? Ja, mach du den Gebäudebrand bitte. Ja, geht in Arbeit. Wo ist der Gebäudebrand? Unten der? Der Kleine. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug 8.2. Geht sofort los. Bin unterwegs. Waldbrand ausgebrochen. Brandausbreitung eindämmen. Da schicke ich das Boot hin. Da schicke ich das Boot hin. Das brauchen nur ein bisschen bis es da ist. Na gut. Da ist aber auch nicht so viel Gefahr drin. So, Gebäudebrand ist in Arbeit. Ähm, genau. Unten heilen. Wunderbar. Oben muss ich noch schnell einen reinsetzen und heilen. So, weiter bitte nochmal. Boah, das gibt's doch nicht. Wie viele Plätze brauche ich denn noch? Kannst du. Kannst du. Ich komm auch nochmal mit dem NDF oben an die Halle, ne? Ja, kannst du machen. Ich bin mit meinem auch schon am Hallen. Deswegen. Also im Prinzip sind die oben eigentlich ganz gut. Aber krass trotzdem, komm was ja noch. Wunderbar. Wunderbar. Wird gemacht. So, ich guck schon mal hier. Der braucht Heilung. Der braucht Heilung. Auch hier. Habe verstanden. Ah. Die brauchen alle ein bisschen was. Wir machen ein bisschen Pflaster kleben und pusten. Genau. Das ist wunderbar. Pusten ist immer gut. So, nochmal weiter bitte. Der Gebäude ist immer noch am Rennen oder was? Ja. Das sind Leute, das hast du ausgewaltigt. Die zwei Deutschen nicht. Okay, schlecht das mal kurz. Was ist das? Das war ein Auto, ne? Das explodiert ist ja gut. So, mal gerade schnell gucken. Wie sieht das denn hier aus? Wir können einsteigen. Bye. Einmal weiter bitte. Jo. Dann brauche ich nämlich hier noch einen Streifenwagen. Achtung. Amokläufer im Einsatzgebiet. Ja, hab ich mitgemacht. Festnehmen oder ausschalten und abtransportieren. Alter, ihr wolltet einsteigen. Schnell, 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 schnell. Komm, komm. Drei, zwei. Ah, jetzt brennt es um, glaube ich, ein wenig. Es wurde ein Verkehrsunfall unter Beteiligung mehrerer Fahrzeuge gemeldet. Versorgen Sie die Opfer. Transportieren Sie sie ab. Und transportieren Sie auch die Fahrzeugfax ab. Das ist mein Taucher in der Ecke. Schon unterwegs. Mein Taucher 20 führt. Schon unterwegs. Dein Taucher ist Selko weggeschwommen, oder was? Der ist bestimmt untergetaucht. Kann das sein? Glück, Glück, wer Quara. Die Geschichte ist schon unterwegs. Ich habe ihn nicht geschickt. Ich drück' mal mit N, glaube ich. Kannst du durch switchen. Schon unterwegs. Kann ich nicht. Ja, aber ich glaube nur Fahrzeug. Ich meine auch Personal. Ja. Los geht's. Ja, der steht am Hauptbett hier neulich. Der wollte für seine Ehrenrunde drehen. Äh, okay, jetzt kann ich abholen.